Neben häufigen Verspätungen und Fahrtausfällen ist das Gefühl bei den Bürger von Unsicherheit und Angst an Bahnhöfen und in Zügen in den letzten zehn Jahren deutlich angestiegen. Dafür tragen Sie, CDU, SPD, Grüne und FDP, die Verantwortung mit Ihrer Politik der grenzenlosen Massenmigration. Doch, selbstverständlich. Selbstverständlich tragen Sie die Verantwortung. In Nahverkehrszügen und Bussen sind Beleidigungen, Drohungen und Gewalt gegen Mitarbeiter und Fahrgäste keine Seltenheit. Oft sind es Asylmigranten, die keinen Respekt zeigen bis hin zu aggressiven Verhalten, eine unangenehme und bedrohliche Situation, die im eigenen Auto so nicht möglich wäre. Zugbegleiter werden immer wieder beleidigt, bedroht angegriffen. Viele haben Angst, Fahrkarten zu kontrollieren, wenn Gruppen junger Migranten im Zug sind. Ein maßgeblicher Grund für den bis zu 20 Prozent erreichenden Stand an Krankmeldungen im Bahnpersonal. Nehmen Sie die Realität zur Kenntnis, meine Damen und Herren.